Hallo liebe Freunde, hier ist wieder das innere Schwein und Hühnchen aus Altena. Leider haben mich die Menschenrechtskommission angezeigt und darum schreibe ich euch jetzt aus den Gittern. So, Gitter weg. So, da bin ich wieder, euer innere Schwein und Hühnchen. Wie ihr seht, haben wir auch den Marc Günther, der hier alles für uns ja auch filmt und verantwortlich, so wie die Rechte hat. Hier vorne sehen wir den Marc Günther. Einen bitte Applaus, hört die Bauchbeine-Pose. Applaus, Applaus, raus. Au, au, au. Er kann lächeln, wenn er will. Ja, gib uns alles. Das, liebe Freunde, war Marc Günther. Er ist schon etwas disziplinierter, der hat ja auch schließlich sein Abitur bestanden.